Hallo Freunde vom HWS-Universum und willkommen bei einem kurzen Teaser-Video. In Alpha 12 wird es ein neues Feature geben, die Apartments. Apartments sind voll ausgestattete Zimmer in begehrter Lage. Die Schlüssel erhaltet ihr einmalig für die gesamte Saison. Zum Beispiel gibt es vier Apartments direkt in der neuen ECC Wacom Station im ECC-Sektor. Ein Paradies für Trader. Von dort aus ist das auch nur noch einen Teleporter weit bis zum EGSHQ. Die Apartments sind ausgestattet mit 8 Öfen 6 Konstruktoren 1 D-Konstrakter 4 Container-Controller, die alle schon perfekt mit den Geräten verbunden sind. Ein Food-Processor 2 Kühlschränke 30 Pflanzen 1 Badezimmer Inklusive Sauna Alle Medic-Devices Ein Armor-Locker Und eine Repair-Station Und Last but not least Ein Platz für ein mögliches Portal. So ein Portal könnt ihr optional dazu kaufen. Zwei dieser Apartments kann man in-game kaufen. Geht dazu zur Rezeption Und kauft ein Token. Die anderen zwei Apartments sind mit Echtgeld erhältlich. Besucht dazu die HWS-Supporter-Seite Und kauft dort einen Apartment-Key von der Wacom ECC. Es gibt noch weitere Apartments auf dem ECC-Planeten. Beim Monolithen oder im EGSHQ findet ihr Teleporter, die euch direkt dorthin bringen. Somit wohnt ihr auch hier in bester Lage. Die Apartments auf dem ECC-Planeten sind ausgestattet mit Acht Öfen Vier Konstruktoren Zwei D-Konstruktoren Fünf Container-Controller, die ebenfalls alle schon perfekt mit den Geräten verbunden sind. Drei Food-Prozessoren Vier Kühlschränke Sechunddreißig Pflanzen Eine Sauna Alle Medic-Devices Ein Armor-Locker und eine Repair-Station Und auch hier Habt ihr einen Platz für ein Portal, das ihr euch optional dazu kaufen könnt. Wir beglückwünschen jetzt schon Die ersten Käufer Denn Diese Apartments sind limitiert. Vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß auf HWS Ciao Eure Ju